Ich bin Reimer von Kettka, ich spiele Bass. Und ich bin Markus Lübusch von Kettka und ich spiele Gitarre und singe. Ich bin Lili Blauzun, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere eigentlich Jura, bin aber auch politische Influencerin. Ich weiß bisher über Kettka, dass es eine Band aus Hamburg ist, die eher älter ist und auch eher eine ältere Zielgruppe hat, die aber sehr politisch ist und die ich deshalb auch schon so ein bisschen aus dem politischen Kontext kenne, aber nie richtig persönlich kennengelernt habe oder nie richtig mit denen gequatscht habe. Also ich wusste nichts, tatsächlich, gar nichts. Ich wusste auch nichts, außer dass uns Leute gesagt haben, dass sie politischen Content macht und dass sie gerne sich mit uns unterhalten möchte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir über das Album sprechen, vielleicht auch über die allgemeine politische Lage, sich einfach austauschen, was ich immer ganz interessant finde, wie unterschiedliche Menschen das so beurteilen.